Jetzt hörst du dich sogar an wie Jack, wenn du springst. Ja? Tatsache. Theoretisch könnte ich mit Zero eigentlich nur noch Messern später, ne, wenn ich das so geskillt hätte. Weil der hat zum Ende so'n, so'n, ähm, Skill, wo der halt immer einen neuen Köder kriegt. Könntest du immer durchrennen, zack, Köder, Köder. Nicht schlecht. Gib mir ein High Five! Ja, sauber, gib mir die Flosse. Jawoll! Abgeklatscht. Claptrip einen High Five gegeben. Begib dich nach 1000 Cuts. Deaktiviere die Barriere, zerstöre den Bunker, offene die Sicherheitstür. Offene die Sicherheitstür, yo. Clothing-Kammer-Schüsse. Also wir gehen jetzt mal die Sicherheitstür öffnen, ne? Offen dann, ja. Ja. Wie gefällt dir mein neues Outfit? Ist so sexy. Guck doch mal bitte. Haha. The hell. Geil, ne? Wie so'n Rennfahrer. Und wenn du nochmal wiederkommen soll, nehme ich mal das andere. Äh, das mit der Farbe. Gib dich nach 1000 Cuts. Triff dich mit Claptrap. Warum ist der auf einmal hier? Sniper und kommen. Böde, ne? Der hat immer getroffen. Woe da! Da! Oh, ich hab' mit's Hand. Holy Shit! Dann scha... Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott. Äh ... Ah, ich muss mal rennen, ähm, ja, ich muss mal rennen, ich renne mal ein bisschen. Nein, Hilfe, nein. Ich kann dir nicht helfen, ich würde dir so gerne helfen, weil der Bell ist unter mir. Ja, ich bin nur ganz woanders. Ja, ich stehe gar nicht neben dem. Ah, nein, Schussverfick. Scheiß genau, ich halte die Hose, wenn du da liegst, ey. Oh, ich könnte ihn schaffen. Ich liege hier ziemlich lange. Na, komm, oh, ein bisschen. Ja, zwei Schüsse, aber das wäre nur gefehlt. Oh, sehe ich toll aus. Schöner Rennfahrer. So, was kostet mich das? 1211, das ist ja ein Schnäppchen noch. Da haben wir ihn hier. Kommando. Fertig, naja. Oh, nee. Jihah! Helikopter. Scheiße, die kommen gleich nur 5... Gehen die sowieso falsch? Also, kannst du ihn in Ruhe lassen. Oh, der springt's in die Luft. Ah, der tut dem gut. Mein Gott, scheiß Bruiser. Bloody Knuckle Point. Lass mal hier alles plündern. Oh, irgendwie... Oh, 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 der ist hier badass, glaube ich. Der hat so ein 20... Ja, der hat so ein Todes-Symbol. Ja, aber da war ja ein Level. Aber irgendwie machen wir den richtig schnell platt. Ja, kann sein, dass wir für die Story-Mission noch nicht so hoch sind. Ja, aber abend. Also, das zweite Missile eigentlich klappen. Solange das geht. Zur Nude leveln wir da ein bisschen, aber... Schauen wir mal. Ich glaube, das war eine Ausnahme. Also, alles andere ist ja hier an 20 und 21. Ah, okay, Level ab. Hinter dir. What the hell? Der hat sich zu den Gegnern da... Hast du den Skill? Muscles, what the hell? What? Hast du den Skill, dass die da zu den Gegnern laufen und explodieren? Nee. So übernehmen oder was? Stirbmuscles! Du Mistvieh! Mein Gott, der ist aber wirklich Muskel gepackt. Aber nicht wirklich ein Badass. Oh, der hat da eine Barriere. Alter, stirbst du? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ein Badass. Gar nicht drauf geachtet. Oh, toll. Ist ja hinter der Barriere. Lass mich leben. Oh Gott, ich habe keine Munition mehr. Ja, toll. Nur weil er jetzt draufgegangen ist, muss ich auch draufgehen. Jawohl. Oh mein Gott. Gut, dass der kritisch war. Lackt, ey. Haben wir hier von dem Sniper? Hä? Shotgun ist das. Boah, ich drehe hier gleich ab, ey. Komm ich da durch die Barriere? Oh! Oh! Ah, ja, gleich gib ich dir Arsch. In deinen Arsch. Boah. So, gut gemessert. Scheiß Roboter. Abschaum. Viechdingens. No Man's Land. Sieht aus wie, weiß ich, AD Day oder was? Überall Krater. So, dass es kein Strand ist. Ja, Hiperion. Triff dich mit Claptrap. Da ist er. Bist du soweit, Untertan? Ich habe meine Attacke gestartet. Ich werde jeden Quadratzentimeter dieses Berges ansprayen. Und wenn es das letzte ist, was ich tue, los! Das will ich sehen. Ich will nicht auf Leibhuren, dass er sich auf diesem Felsen niedergelassen hat. Es wird Minuten dauern, bis er dieses Graffiti abgelassen hat. Nein. Wow! Ich bin draufgegangen. Oh, was war das denn? Hahaha. Es gibt mir sogar Claptrap, geht da durch? Okay, okay, ich gehe da auch durch, ja. Nö. Ach, jetzt sagt er, öffne dich. Okay. Richtig schön, nochmal Geld verschwendet. Oh, ne. Helikopter. Ah, die hauen ab. Das ist ein Hilfshelikopter. Das ist ein Geschütz, man. Das Blatt. Oh, das ist 25. Ja, ja, das macht Schaden ohne Ende. Hast du es über die Sicherheitsmauer geschafft, da? Das kriegen wir hin zu zweit. Das ist nicht übel. Natürlich wird der Bunker nicht trotzdem auslöschen, aber dennoch nicht übel. Da stehst du. Jao. Jetzt geht's aber los. Sind die alle so 25-mäßig? Ja. Sauber. Oh mein Gott, wie viel Schaden. Toll, wir kommen gegen die anderen, ne. Schadensmäßig, aber... Wenn wir uns one-hitten, ist das ziemlich böse. Oh, habe ich nicht nur eine Korrigson? Was bist du hier? Oh, shit. Und grad wechseln, ey. Oh mein Gott, der kann sich verwandeln. Jetloader. Der kann sich transformieren. Ja, ich muss jetzt nochmal draufgehen. Dann nehme ich meine Korrosions... Korrosionspistole. Dann geht er nochmal. Ja, die sind ziemlich heftig für 25. Wir müssten wahrscheinlich noch ein Level machen, damit wir da halbwegs gut durchkommen. Aber schauen wir mal, wie das ist. Respawn! Respawn! So. Ich hab mal ein Level. Ist ja nicht mehr. Ja, ist nicht mehr so viel. Ist gut. Also mir fehlt noch... Du hast mir einen halben Ball. Mir fehlt noch ein ganzer Batzen, ne. Ich hab doch schon 22. Das Team mich ja gestern rausgeworfen hat, konnte ich ja nicht mehr mitspielen. Na, das stimmt. Das war aber nur kurz. Ich mach das Team gerne mal. Wow! Und scheiße. Selbst Korrosion gegen menschliche Viecher machen. Ich hab wenig Schaden. Ich bleib da mal bei meiner... Blümchen bis... Oh, das ist ein Sniper. Hier muss ich die Schilde killen. Er hat einen Turret aufgestellt. Schilde gegen Rills. Der trifft mich nicht. Das ist voll lustig. Bleib auch hinter den Treppen oder so. Da wirft er in der Rauchgranate. Oh shit. Oh shit. Da kommen Viecher von oben. Boah. Er ist aber nicht so stark. Er ist nur 24. Voll krieg... Oh mein Gott, wie viel Schaden. So nice. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja, 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 ja. Komm. Sauber. Boah, Korrosion. FTV. Ich kann nur nicht springen. Jawohl. Du bist fast tot. Oh mein Gott, noch einer. Oh, der hat jetzt in die Schilde wieder aufgeladen. Der Brenner. Nicht mit mir. Kacke. Oh, kacke. Wo kommt der denn her? Oh, verfickte Scheiße. Ich würde dir gerne helfen. Komm, du bist zu weit vorgerannt. Geh auch noch mit drauf. Das macht Schaden. Das macht Schaden. Wow. Kann man den Scheiben. Oh. Oh, dieser Hyperion-Sniper wieder, ey. Zwei Viecher noch. Oh, schöner Headshot. Äh. Jawohl. So. Wieder welche gespawnt. Ach so, die kommen einfach mal vom Himmel. Oh, scheiß Turret. Ah, ging mal schnell drauf. Pistolen-Munition, wenn nicht. Einheit verletzt. Dann wird die Munition knapp mit meiner Pistole. Okay. Das war's erstmal. Wow, 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 wow. Jau. 88. 57. Scheißdreck aber auch. Ach, du Scheiße, Schaden. Sag ich dir doch, der brennt dich komplett nieder. Schille sind zum Glück wieder aufgeladen. Ja, klasse. Hilfe. Ach ja. Ich wollte schon weitergehen. Du wirst kein Geld bezahlen. Na, erst mal Munition verschwinden. Gott, gib mir Heilung, ey. Sauber. Oh, nee. Ich muss jetzt mal plündern. Scheißegal, ob ich jetzt draufgehe. Pistolen-Munition. Oh, shit. Ich hab aus Versehen die volle Eilung aufgenommen. Ah. Konstruktor. Ich glaub, ich bleib mal ein bisschen hin. Ja, kann ich denn hier auch treffen. Boah, dieser Ion-Loder, ne? Gah! Du rennst so weit vor. Du musst mal bei mir bleiben. Explodiert irgendwas? Das fängt her davon. Richtig! Oh, oh, oh. Ja, der wird durch die Korrosion sterben. Auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der macht Schaden. Sehr gut. Hier levelt man aber auch relativ ordentlich. Kann schon durch das hohe Viecher killen. Das war eine Granate. Hier. Burn! Ja, die Shotgun. Schön, dass man die auch noch werfen kann. Konstruktor steht da ja immer noch. Oh, shit. Was hat denn da gezündet? Pass auf, da fliegt eine Rakete. Eine ganz große. Okay. Okay. Oh! Oh!